Hey, Internet und YouTube-Zeugbomber! Oh, Julia! Echt, meine ich. Ihr seht alle gleich aus. Interagieren. Hände schütteln. Grüße. Okay, sind wir jetzt verliebt? Herzen 12. Interagieren. Okay, vielleicht sollte ich es nicht... Warte, ich schenke dir was. Nein, 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 nein. Kriegst du mal eine Schaufel? Brauchst du eine Schaufel? Als Bäuerin? Du bist so sexy, wenn du so verpixelt reinschaust. Ähm, ja. Ich werde euch paaren lassen und das aber... Ich brauche erst so viel Sand, YouTube. Diese spannenden Aufnahmen dürft ihr euch nicht hingehen lassen. Ich weiß nicht, wie du das anstellen wirst mit dem Paaren. Als Bibliotheker. Ich meine nicht damit, wenn irgendjemand von euch Bibliotheker ist. Das war nur ein Witz wegen dem Anzug. Ja, das bin ich. Hey. Hey, Hände schütteln. Okay, wartet. Hände schütteln. Machen uns Freunde. Herzen 7. Ich habe nicht aufgepasst. Ich bin nicht so schüchtern. Hände schütteln. Herzen 4. Hallo? Warum ist nicht jeder so korrekt? Okay, so gut. Gut, gut. Du? Bleib hier. Bleib hier, ich will jedem die Hand schütteln. Was ist das? Was? Was, was? Was, was, was? Was, was? Ich dachte zuerst, aber... Da wäre es ein Baum. Herzen 19. Jeremy, weil ich bei dir wohne. Guten Tag. 29. Jeremy ist voll in meiner Hand. Jeremy ist ein bisschen verliebt in mich. Das sehe ich doch schon. Vielleicht weckle ich auch die Seiten. Beginne mit Jeremy ein neues Leben. So sieht es nämlich aus. Warum nicht? Warum sollte ich mich... ...so festlegen? Nur Julia? Ich meine, wo die Liebe hinfällt, oder? Jeder kann machen, was er will. Hauptsache, wir sind glücklich. Jeremy und ich. Wenn Jeremy so verliebt in mich ist... ...werden wir auch glücklich sein. Ich brauche jetzt die Musik, Minecraft. Verdammt nochmal. Habe ich etwas über Jeremys Liebe. Meiner Liebe zu Jeremy. Erzählen. Und dann kommt keine Musik. Keine romantische Musik für uns, Jeremy. Doch wir haben die Romantik in unserem Herzen. Das ist alles, was zählt. Mach dir keinen Kopf darüber, was die anderen denken, Jeremy. Geht nur darum, dass wir glücklich sind. Du nicht, Jeremy. Du wirst für mich... ...die Feldarbeiten erledigen. Und ich werde dir das Essen kochen, wenn du zu Hause bist. Ist das nicht in Ordnung, Jeremy? Wie oft habe ich in diesem Part jetzt schon Jeremy gesagt? Ich kann einfach nicht. Ich muss immer an Jeremy denken. Cherry, kann ich dich Cherry nennen? Mit Tom und Cherry? Oh man, das habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Wer liebt noch Tom und Cherry? Tom und Cherry war so gut. Die Alten. Wie alt ist eigentlich Tom und Cherry? Ich weiß jetzt gar nicht. Die Folgen aus den 40ern. 50ern, super. Ein Traum. Cherry. Du kannst mich auch Tom nennen. Ich bin Tom und du bist mein Cherry. Aber immer keine Musik. Das ist etwas der Unruhigen. Den ganzen Sand machen wir schön flach. Und dann können wir eine super Mauer bauen. Ich weiß, das ist nicht besonders spannend. Aber spannender ist es, über Cherry zu erzählen. Und meine Liebe zu... Jeremy! Okay. Ich muss arbeiten. Manchmal muss man die Gefühle hinten ranstellen. Anstellen. Bereitstellen. Man muss auch loslassen können. Und mal arbeiten gehen. Sonst kommen wir hier zunächst, YouTube. Dann macht euch keine Sorgen. Das wird großartig. Circa 498 Parts, wenn ich fertig bin. Mit Sand abbauen. Beginnen wir die Mauer. Und ich muss das noch irgendwie genau checken, wie wir das mit dem... Ein paar Häuser machen. Und dann geht's pop, 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 pop. Gut, dann arbeiten die aber nichts mehr, oder? Dann sind die nur noch beschäftigt. Aber gut, mehr Menschen, mehr Arbeitskräfte. Außer Jeremy, den sehe ich nicht als Arbeitskraft. Oh, ist das nicht toll? Ich und Jeremy können die gleichen Sendungen ansehen. Fußball. Gut, ich schaue keinen Fußball. Verdammt. Ich hoffe, Jeremy schaut keinen... Germany sucht den Nächsten irgendwas da. Oder so ein Mist. Die Maus ist wieder da. Die Maus ist wieder da. Jeremy, wir müssen eine Dreiecksbeziehung engen. Du, ich und die Maus. Habe ich dir schon die Hand geschüttelt, mein Freund? Herzen 11. Bald bin ich der Beliebteste hier. Wie geht's mit deinem Herzchen? 24. Du kannst dich ja kaum noch zurückhalten. Ich glaube, ich muss versehen auf Küsten drücken, weil sonst... Sonst gibt's kein Halten mehr für dich. Das muss jetzt eigentlich nicht sein. Sand, 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 Sand und Sand. Und Sand und Sand. Sandstein, Sandstein. Oh, hier ist noch. Okay, perfektissimo. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Sandstein. Das ist zu wenig. Rein mit den Gehirnen. Warum sammle ich die überhaupt? Man weiß es nicht genau. Aber... Was man hat, das hat man. Das ist die Devise. Okay, weg mit dir. Weg mit dir. Habe ich... Ah, hier ist noch mehr Essen. Okay. Ah, das wollte ich nicht reintun. Bleib bei mir. Oh, hier ist noch ein paar. Upsi. Gott, dann muss ich hier nichts trinken. Schaufeln habe ich noch ein paar. Okay, wunderbar. Ja, natürlich hast du mich noch nie hier gesehen. Du bist immer in der Bibliothek. Bürstest deinen Anzug. Shut up, Maus. Irgendwann von euch vor, hier ein Gehege zu bauen. Ein Gehege. Für, 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 für Kühe. Ich habe ein paar Für zu viel eingesetzt. Das macht aber gar nichts. Man kann hier genügend Für haben in einem Satz. Außerdem kosten die Wörter nichts. Also warum nicht ein bisschen verschwenderisch damit sein? Soll ich die Mauer groß machen oder etwas kleiner, YouTube? Weil, das wird echt ewig dauern. Das wird echt anstrengend. Für mich, ihr braucht nur zusehen. Und wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, er spult dann ja auch noch vor. Er spult meine ganze Arbeit vor. Oh, aber wir müssen mal sehen, was der Quartumarer baut nur Sand. Mal sehen, was er in Minute fünf macht. Ah, er baut Sand ab. Aber nur Minute zehn, ah, nur Sand ab. Für euch war das dann anstrengend. Während ich hier die ganze zehn Minuten Sand abgebaut habe. Und ich von meiner Liebe zu Jeremy erzählt habe. Außer natürlich Julia kommt zurück. Aber ich denke, Julia ist explodiert. Ich meine, wer soll sonst hier explodiert sein? Mach's gut, Julia. Obwohl, da waren ja... Ich sollte das zumachen, oder? Damit die anderen nicht reinfallen, richtig? Irgendjemand hat das ja auch geschrieben. Oh, Mann. Der Bibliothekar wird sicher nicht reinfallen. Da unten ist auch eine schöne Höhle. Obwohl... Das könnte ich ja als Höhlenzugang benutzen. Warum sollten die auch hier runtergehen? Die ist einfach gesperrt. Sag ich. Warte. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas... Dann kommen die ja... Dann müssen die ja so rundherum gehen. Und die werden doch nicht dann hier runterfallen, oder? Ich meine, das geht hier gar nichts an. Ich habe nicht die ganze Idee, was das gebracht hat. Aber hey. Man sieht, dass ich mich um die Leute kümmere. Okay. Ja, die Wache ist hier draußen. Komm, ich habe dir gerade die Hand geschüttelt. Kommt nochmal. Dann hier mal weniger. Zombies. Ich geschlafen. Viel Spaß. Wache. Jeremy schläft. Shh. Weck dich nicht auf, YouTube. Danke, dass du die Tür vor mir zumachst. Und ich dachte, wir wären ein Team, Jeremy. Wo gehst du hin, Jeremy? Ich will immer für bei dir sein, Jeremy. Für immer. Für immer. Wir machen jetzt alles gemeinsam. Jeder Schritt, den du machst. Da bin ich hinter dir. Jeremy. Weiche nicht zurück, Jeremy. Wir sind eins. Jeremy. Jeremy. Ja, wieder meine Liebe. Jeremy, bleib hier. Jeremy. Für immer zusammen sein. Wohin doch, gehst du, ich folge dir. Der BDK ist schon ganz verschwitzt. Das macht das Ganze ganz nervös. Oh, die Herzen werden immer weniger. Traurig. Schüchtern. Okay, wartet. Jetzt ist er ein Witz. Ein wirklich guter Witz. Aha. Oh, der 21 Herzen. Der Witz war verdammt gut. YouTube. Es ist ein... Erzählt einen Witz, YouTube. Hey, das ist mein... Hallo? Oh shit. Ich hab vergessen... Das war ja ein Creeper. Das macht gar nichts. Ich muss sie abbauen. Ich bin überhaupt nicht wütend darüber, denn... Ist mir Wurst. Gib mir die ganzen Sachen. Wunderbar. Ich brauch sie ohnehin. Wir gehen weiter bauen. Abbauen, wie es uns gefällt. Halleri, hollera, hallopsasa. Ah, ja, das Ganze hier abbauen. So sieht es nämlich aus. Dann haben wir hier auch schön Platz, um euch hier reinzupacken. Und Häuser baue ich... Oh, ja, hier kann ich noch Häuser 1, 2 auf jeden Fall so klein in ihn bauen. Verzeihung, YouTube. Ja, das kann ich machen. 13, 2. Hier ein bisschen... Kuhgedöns. Und Tiergedöns. Obwohl, die kann ich auch mittendrin, so ein paar, oder? Die essen ja eh nichts. Das ist nur für mich. Seht ihr, wie ich an euch denke? Ich dachte schon, ich muss das Fleisch wieder euch teilen. Denkste. So sieht es nämlich aus. Was war es mit der... Okay, das mache ich jetzt noch fertig. Und das war es dann für den Part. Und wir sehen uns dann im nächsten wieder. Und ich sage jetzt schon mal, danke fürs Zusehen. YouTube. I love you. Morgen geht es los mit Batman. Oder Mitternacht. Ein Part. Wenn ich wach bin. Schnell in den Part. Batman. Wie viele Parts werde ich schaffen? Bis ich völlig überfordert wieder aufhöre. Aber ich hoffe, wir werden ein bisschen Spaß haben dabei. Macht's gut. Tschüss.